Wo war ich in der Nacht? Von Freitag auf Montag. War ich drei, drei Tage wach oder einfach im Koma? Ich wacke auf, es fühlt sich an, als ob mein Kopf explodiert. Meine Kumpels hatten Spaß, ich bin komplett dekoriert. Und ich schaue in den Spiegel, was ist eigentlich passiert? Ich überrasch, hab ich ein Arsch geweiht, tätowiert. Ich traue es auf dem Autofahren, ist doch okay, wenn man sich anschmelt. Achte ich, doch ich brauch, ich glaub ich, nen Judenanwalt. Meine Nase ist gebrochen, man geschmärts anders ist. Die Tür steht aber anscheinend stärker als ich. Und die Olle neben mir, die sieht aus wie Thomas Gottschalk. Wie hab ich mir die denn schön gesoffen, man, ich potzt gleich, man. Ich trink mir wieder, auf jeden Fall ne Zeit lang. Naja, okay, auf jeden Fall bis nächsten Freitag. Wo war ich in der Nacht? Von Freitag auf Montag war ich drei, drei Tage wach. Oder einfach im Koma? Und ich denk mir, so ne Scheiße, ich bin Splitter, nackt und pleite. Sag mir, wo war ich in der Nacht? Von Freitag auf Montag? Von Freitag auf Montag? Und so. Und so. Und so. Und so. Und so.